Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play The Uncertain. Diesmal sind wir zurück in unserem schönen Unterschlupf. Wir haben in der letzten Folge auch schon mit allen Leuten hier geredet, sind aber noch auf der Suche nach einem Decoder, der soll sich irgendwo in der Kühle befinden. Nur leider weiß ich nicht genau wo. Da haben wir den Kühlschrank, der ist aber glaube ich gar nicht in Betrieb, so wie das da aussieht. Ne, da ist irgendwas drin. Was ist das da? Können wir das da lesen? Irgendwie Snack? Fast Snack? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Decoder sehe ich da nicht. Keine Ahnung, wo sich der befinden soll, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir hauen uns einmal kurz aufs Ohr, das sollten wir ja schon in der letzten Folge machen und gucken dann mal. Ah. Okay, vielleicht hauen wir uns doch nicht aufs Ohr. Ich dachte, wir können es vielleicht ein bisschen hinauen, dann gucken wir mal am nächsten Tag. Aber gut, das ist wohl nicht gewünscht. Ist jetzt halt die Frage, wo sollen wir das denn finden? Wir fragen mal ihn nochmal. Aber wo soll der sein? Hier war ja auch nix, oder? Der hat gesagt, in der Küche. Ah. Ah. Der Decoder. Natürlich habe ich das mal, diese Werkzeugkiste, überhaupt mal von vorhin ausgeschlossen, weil es eben geheißen hat, dort sollen wir ja nicht rangehen. Gut, da ist ja nicht so viel drin. Okay. Dann bitteschön, vielleicht ist er ein bisschen freundlicher jetzt zu uns. Ist das es, Alex? Uh-huh. Hang on a sec. Help me out. Come on, give me a hand. Ja, well, naturally, connecting the encrypted memory cells on this old thing is going to take some trial and error. What? Ah, such a pain dealing with you dilettantes. Look, you got an eye for design, right? Just arrange the pixels so that the various colors aren't repeated, horizontally or vertically. You got me? I'll try. Hi, 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 hi. Ja. Huch. Ach so, hier, das passt. Okay, die Farben sollen sich nicht wiederholen. Oh Gott. Das heißt, wir können mal das da tauschen. Das können wir nicht tauschen, weil da haben wir ja schon eine Gelb. Hi, hi, hi. Egal, wir fangen mal von oben an. Wir haben... Weißt du, was wir machen? Wir tauschen es einfach so, dass es genauso aussieht wie da unten. Dann wissen wir nämlich gleich mal, was fehlt und was wir noch brauchen. Blau, blau, ach nee, sie dürfen sich ja nicht wiederholen. Das heißt, wir müssen da eine blaue, da eine blaue, da eine blaue, da eine blaue und da eine blaue. Gelb ist einmal hier, gelb einmal hier. Oder nee, wir machen es andersrum. Und da. Nee. So. Ach, guck mal, da passt die Zeile auch schon mal. Dann haben wir rot. Rot, 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 rot. 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 Ich hoffe, das haut so hin, wie ich mir das vorstelle. Dann. Das, das, das. 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 Und das. Ja, immer mehr wird grün. Dann haben wir lila. Lila, lila, lila. Lila. Lila, lila. Lila. Yeah. All right, Connection established. Just go relax. I handle the rest. Sounds good. Let us know, what you find. Das war ja easy cheesy, finde ich gut. Okay, dann können wir uns erst mal endlich hinlegen. Das wollten wir ja schon machen in der letzten Folge. Einmal schlafen gehen, noch etwas wach bleiben, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja schon alles mögliche gesehen. Wir haben schon mit allen möglichen Leuten geredet. Wir kennen uns hier aus. Deswegen schlafen gehen. Nach einem Tag wie das, du verdienst ein bisschen Zeit für dich. Und dann gucken wir mal, wie der Tag morgen aussieht. Oder wir träumen vorher noch was. Uiuiui, Emily, Emily. Anscheinend ein Albtraum. Vielleicht wegen der Schwester. Oder wegen der Family. Wir können auch nicht zurück. Es geht immer nur in die Richtung und die Tür entfernt sich immer weiter von uns. Oh Gott. Das heißt, es gibt nur diesen einen Ausweg. Zumindest ist es jetzt hier ein bisschen hell. Oder träumen wir vielleicht. Und dieses Emily. Okay, das kommt definitiv nicht aus der Realität. Ich dachte, da redet vielleicht gerade wer mit uns. You were never good enough. Sie vertrauen dir nicht? Sie vertrauen dir nicht? Kannst du dich noch an das Gesicht deiner Mutter erinnern? Emily. Hm. Oh je. Alter, Falter. Wo kommen wir denn hier hin, Freunde? Sind das Roboterhände? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, es ist gemischt. Roboterhände und Menschenhände. Uiuiuiui. Aber was haben wir denn damit zu tun? Oh nein. Was haben wir denn damit zu tun? Warum sind die alle gefangen? Die sind doch hier nicht gefangen wegen uns. Oder doch? Haben wir vielleicht irgendwas getan? In unserer Vergangenheit? Was uns jetzt verfolgt? In unseren Träumen? Hm. Und da stehen sie alle. Unsere ganze Gruppe. Emily. It's already noon. Wake up before you sleep the day away. Matthew's bringing lunch soon. Okay. Um. Wait. I really slept for that long? Na ja, wir sind ja erst in der Früh schlafen gegangen. Also so lange ist das jetzt auch nicht. Guck mal. Er sitzt auch da. Es war einfach nur ein Albtraum. Das Kind schläft anscheinend immer noch. Nee, doch nicht. Wird gerade gefüttert. Okay. Er ist auch wach. Das heißt, wir werden natürlich wieder Reset. Alles auf Anfang. Und wir gucken uns hier natürlich nochmal um. Ist ja ganz klar. Hier gucken wir uns zum Beispiel mal um. Das ist ja gar nicht gesagt. Wenn wir da in seine Gemäche eindringen. Aber gut. So. Was haben wir dann? Das Bild, das kennen wir schon. Vielleicht mal mit ihm erringen nochmal. Well. Someone looks inspired. Mal gucken. Park looks like he's lost in his music. I'll leave him to it. And ask to have a listen later. Na, dachte ich schon, dass der jetzt nicht so aufs Reden aus ist. So, dann gucken wir mal da hinten. Huch. Da liegt ja noch ein Kind drin. Das passt irgendwie nicht. Da liegt noch ein Kind drin und die hat ein Kind am Arm. Hat die zwei, die hat nur eins. Ich glaube, wir haben wieder einen kleinen Bug gefunden. Vielleicht mal mit ihr reden, wegen den Medikamenten. Oder auch nicht. Aber mit ihm können wir sicherlich reden. Er schläft auf eine brave Gesicht, aber Brian bekommt nicht das Schlaf, das er braucht. Und es zeigt. Ich glaube, der schläft einfach nur da drin, weil da draußen gar kein Platz mehr wäre für noch ein Bett. Deswegen hat er seins da reingestellt. Ohne. Hey, Brian. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hallo, little Emily. Don't worry. At my age, it's perfectly normal. I found some sleeping pills today. Could that help? Hmm. Not familiar with this brand. Of all the meds I've tried, none seem to help. Hopefully, these will actually do the trick. Thank you. I've almost forgotten. I've got a surprise for you. After you make some hot tea for the old man. A surprise? One cup of tea coming up. Na gut, dann haben wir schon mal unseren ersten Auftrag für heute. Wie schnell die wach ist. Wenn ich aufstehe, dann muss ich erst mal eine halbe Stunde im Bett rumliegen, bis man mich ansprechen kann. Und die steht auf und springt ja schon rum. Überraschung, Tee kochen, lalalala. Na, sowas hätte ich gern. So, was haben wir da noch? Ach ja, die Notiz. Alex hat mit diesem Robot trinkert. Ich frage, was er planen kann. Hey, Alex. Wie geht's mit diesem Robot? Findet ihr irgendwas interessant? Natürlich. Of course, but the damn world's gone crazy. Robots going haywire. Kidnapping folks off the street. And people just sitting on their hands, letting it happen like it was perfectly normal. These old units don't have encrypted memories, so we might be able to extract some of the undamaged code. Okay, well that sounds good. Anything else to share? Nothing for sure, but I've been able to extract the update log with the decoder. It's troubling. Seems as though the USS and core protocol have merged somehow. How it happened, who benefited, and why are still unknown. Alex doesn't think it was a robot-led rebellion, though. Ah, it's just a bunch of ramblings from cinephiles and tabloid writers. Implementation of the wired Turing protocol makes it impossible for AI to rebel against human society. Well, then what did happen? I mean, if it's not the robots, then why are we hiding out in a basement? That's the real question, isn't it? Logically, it doesn't make sense. If an uprising led by AI is impossible, that only leaves the human factor. The question is, who might benefit from all this? All those people. Are they even alive? It's been ages, but we haven't learned a thing. And there's less and less of us with each passing day. We can't hide forever. We have to do something. Do you think we're playing games here, huh? You're testing my patience, Emily. Maybe you should go find somewhere, you can actually be useful. Aber jetzt wissen wir zumindest Bescheid. Haben wir in der letzten Folge schon kurz besprochen, dass der Roboter ja eigentlich von Menschen entwickelt wurde. und jetzt wissen wir auch, dass die von selber sich gar nicht so weit entwickeln können, dass man sagen kann, okay, die planen einen Aufstand. Das heißt also, es wurde von einem Menschen gemacht, der Code wurde von einem Menschen entwickelt und an die Roboter eingespielt, beziehungsweise eben als Update verkauft. Und vielleicht kann man das auch irgendwie wieder rückgängig machen. Wir werden es rausfinden noch im Laufe des It's Plays. Mit dem will ich gar nicht mehr reden, da gehe ich jetzt gar nicht nochmal hin. So, vielleicht nochmal nach oben gehen. Okay, raus wollen wir nicht mehr. Dann würde ich mal sagen, reden wir mal mit ihr. Ach, können wir gar nicht. Wir können gar nicht mit ihr reden, okay. Den Tee sollten wir ja noch machen. So, huch, hat sich den Rucksack plötzlich wieder um. Wo kommt denn der auf einmal her? Ja. Your tea, sir. Splendid work, little Emily. Here's a tip. My watch! You fixed it! Thank you! Hier geht's. Es dauerte ein bisschen Tinkering, aber ich konnte die Antenne und Navigation-Module, damit niemand dich aufzuhalten kann. Außer das, der Schaub ist wie neu. Huch! Da gibt's zwei von denen. Oh nein, jetzt haben wir noch nicht mit einem gerendet, dann doch geht's noch weiter. Yesterday, Alex and I decided that some extra protection against robots would be wise. I won't keep you in suspense. I drafted a blueprint for a very powerful taser. However, it's only useful at close range. Simply put, a single charge should be able to fry robot circuitry to a crisp. It won't be of much use if you get swarmed. It doesn't have that kind of power, but it should be able to bring down a single bot and buy you some time to get away. That's great, but I'm guessing you can't just make one out of rags and cardboard. Which means you're sending me somewhere dangerous to scavenge for parts, right? Not so dumb after all, are you, Matt? Brian will give you the list of parts. Take Emily or Park with you. You'll find everything you need in any decent electronics store. Hmm, sounds like our best bet is Geekspot. It's a couple of hours on foot. There's a big parking lot out front. All those abandoned aero cars will make it easy to hide. Well then, that seems like the obvious choice. Both of you should get packed and head out while it's still light out. Hold on. I just got back. Can't this wait? It'll be dark soon. Stop testing my nerves, boy. I'll get off your back as soon as you get going. Do what you're told and get the hell out of here. Enough. Enough, Matthew. We really need you to find those parts. I have a feeling that taser will come in quite handy. We'll talk more when you get back. Fine, fine. I just don't understand why this old jerk gets to order us around like he's the boss or something. You're such an asshole. When I get my leg fixed, you better start running. Stop it, Alex. You should be ashamed. How else am I supposed to talk to this punk so that he understands? Who does he think he is, huh? I think we'd better get going. Like, now. Okay, okay, yeah. I can really use some fresh air. Away from these freaking old farts. Oh, nein. Park, I don't suppose you've got another round for the flare gun? It could be useful. Hm? Hallo? Ah. Okay. Ich wollte doch noch reden vorher mit allen. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt haben wir mit Matthew nicht geredet. Und mit Olga auch nicht. Ach, mit der haben wir ja gar nicht reden können. Stimmt. Mit der haben wir ja gar nicht reden können. Ach, das haben wir jetzt verkackt. Habe ich zu schnell den Tee gekocht. Ich dachte, wir bekommen dann einfach die Überraschung. Das war's. Okay. Boah, hier rumzurennen, auf dieser riesigen Straße. Links und rechts kein Ausweg. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Alex, Matthew, ich weiß nicht, Brian. Zumindest können wir jetzt mit ihm ein bisschen reden. Das ist ja auch schön. Wir fragen mal über ihn selbst. Well, I have to admit, you're more of a doer. Which counts for something. Alex says you take too many risks. I do too. But they pay off. Holy shit, Emily. I guess I got you all wrong. Fine. Just forget it. But honestly, the old folks are a liability. Dead weight. You know they'll just get captured sooner or later, right? Only question is whether or not they'll drag us down with them. What is wrong with you? Don't you care about the others even just a little? What about Olga and Vera? Or is your ego just that big? Well, tell me I'm wrong. It's a miracle we haven't gotten into more serious trouble yet. Forget Alex for a second. What happens if the cops discover our hideout? There's no way Alex and Brian can outrun them. Park's got his asthma. And Claire's no Trackstar either. I've been over and over it in my head. And I'm sure you have too. What are you saying? That we should just run off? Leave them all behind? Only the strong survive. Is that it, Matt? Oh, come on. That's not what I meant. I just... Look, I'm sure deep down you get it. If this is an attempt to show off your dazzling wit, it's not working. Let's just drop it, okay? Listen, I'm not afraid to say what everyone else is already thinking. Being sick and old are liabilities. Don't pretend you don't know that. Drop it. Hm, der ist jetzt auch nicht unbedingt der freundlichste. Huh? Finally made it. Shh! This way, quick! Wonderful. How are we getting past these two? Maybe just go around? Yeah, great idea, Em. If we want their friends to call for backup. If it's just a patrol, they'll move on soon. Hard to imagine what the cops are doing here. Let's wait for a bit. Thanks. Thanks. vor dem Vorfall fragen. Fragen, wie er zur Gruppe gestoßen ist, nach der Familie, Fragen, Gespräch beenden, das wäre mir ja fast am liebsten mit seiner Ausdrucksweise. Ah, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, die Claire ist so lieb in der Gruppe. Und dann haben wir den Alex, der irgendwie jeden nur anschnauzt, aus welchem Grund noch immer. Und er ist jetzt auch nicht gerade unbedingt der Netteste von allen, aber naja. Ich glaube, trotzdem müssen wir miteinander klarkommen. Nach der Zeit vor dem Vorfall fragen, äh, weißt du was? Wir fangen mal nach der Familie. Okay, dann machen wir mal hier generell nach der Zeit vor dem Vorfall, wäre auch mal interessant. Ich kann's sehen, dass du hinter einem deskst. Well, let's just say I was in Transportation and Logistics. A lot of folks were willing to pay Top Dollar to get exactly what they wanted. What about you? Where did you work? I was a spatial designer, creating virtual apartments, stuff like that. Did some very cool VR gaming gigs, too. Really? Sounds like a total waste of time, to be honest. What? No, I like, I mean, I liked it. How'd you end up here? With Brian and the rest, I mean... Even a blind man could find their hideout, if you could even call it that. Seriously? That's it? Yeah, I was just walking down the street and saw some light coming from a basement window. Didn't seem like robots, so I investigated. Turns out I was right. There used to be more of us. Anyone tell you about Mike? Nah, of course not. Cause Alex would flip. He was stubborn, but a good guy. Sound familiar? Anyway, one day he went out for supplies and he never returned. Really? And no one knows, what happened to him? Maybe I will ask Alex about it. Wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Well, it doesn't look like they're leaving anytime soon. Can we just sneak past them? Ugh, I'm sick of waiting. Okay, I have an idea. A little risky, I suppose, but I think it'll work. Trust me. See that cop car? I'm gonna make my way inside. You just need to attract the cops' attention from the other direction. You're not serious. What am I supposed to do? Dance the Salsa? Keep it down. No, you're not gonna put on a show. Just maybe make some noise or throw something at them. Then I'll do a little, um, hit and run with their own aero car. Wait, what? Are you nuts? If you're trying to impress me, this is definitely not the time. It'll work, I promise. They won't even see it coming. The guys and I have done this a hundred times before. Now let's go. Keep quiet and don't let those repair bots spot you. Also, ganz ähnlich, ich wäre da auf der Seite des Wartens. Einfach warten und hoffen, dass die irgendwann mal verschwinden. Die werden ja nicht ewig hier rumstehen. Aber gut, die Optionen haben wir leider nicht mehr. Wir müssen was werfen. Ich hoffe, der sieht mich da jetzt nicht. Dreht der wieder um? Hallo? Okay, zwei Stück von denen. Hm. Ist natürlich schwierig jetzt. vielleicht wenn er zurückkommt und der andere dann auch umdreht, dann guckt nämlich niemand in die Richtung. Dann könnten wir es versuchen. Ach, da gehen überhaupt beide darüber. Okay, das geht natürlich auch. Voll spacey hier alles. ich mag das voll. Oh, jetzt wird's brenzlig. Jetzt wird's brenzlig. Okay, da sollte uns niemand entdecken können. Dann warten wir nochmal den ab. Und gehen da rüber. Wenn das eh so einfach ist, die hier auszutricksen und sich da drum herumzuschleichen, warum machen wir es nicht einfach so? Ich hab das Gefühl, das ist nicht unbedingt die beste Idee. Aber jetzt können wir ihn ja nicht mehr abhalten. Kann der das Ding überhaupt fahren als Mensch? anscheinend ja. Ich habe das Gefühl, ich bin ja nicht mehr nicht mehr oder não. Ich habe das Gefühl, Aber jetzt kann ich Und das kann man dass es nicht mehr haben. Die sind dort auch nicht mehr Und das ist auch nicht mehr Und das kann ich dann soll sein. Und das kann ich lande Die sind ja Ich bin verärgert, weil wir hätten das auch anders lösen können. Und die anderen da hinten können das anscheinend gar nicht melden. Hoffentlich. Nicht, dass die gleich da drin stehen bei uns im Laden. Okay, also rein haben wir schon mal geschafft. Jetzt hoffen wir halt nur, dass es auch so bleibt, dass wir uns da jetzt gemütlich umgucken können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir jeden Moment entdeckt werden von der Verstärkung. Aber ich vermute mal, die werden gar keine gerufen haben. Sie haben ja keinen Menschen gesehen. Ja, guck mal, hier gibt es 50% Sale. Da sind wir richtig. Cool. Today is a great day to shop, with tons of special offers. Feel free to look around, and let me know if you have any questions. It's just a hologram, so it won't call the cops. Right? Would you like me to connect you with the police department? No! Okay, give me a call if you need any help. And don't forget, we have mega discounts on 3D printers this weekend. It's totally oblivious to the chaos outside. Anyway, what are we looking for again? If you need help. Well, since you're offering. Amber, where can we find a TSLS accumulator, gun emitter, and Jameson control unit? Please visit the following departments. Red, green, and purple. That's helpful, thanks. Kind words are all the gratuity I need. Let me know if you need something else. Let's check it out. But can we not call that thing anymore? Creeps me out. Na gut, anscheinend ein riesen, riesen, riesen Laden hier to be opened soon. Aha, Monday, Gameday. Und wir schauen uns sowieso überall hier um. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in einer der nächsten. Also in einer der nächsten, in der nächsten natürlich. In der nächsten Folge schauen wir uns hier um. Drei Dinge müssen wir finden. Und da werden wir hoffentlich auch Glück haben. Huch, was macht denn der da? Der nähert sich da so verdächtig von hinten. Was, will der uns anmachen oder so? Kollege, ein bisschen auf Abstand hier. Was ist denn da los? Vorher so grob da draußen. Jetzt kommt einfach mal hier schmusen oder was? Ne, 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 ne. Na gut, Freunde. Nächste Folge geht's da weiter. Da werden wir uns hier beim Geekspot ein bisschen umgucken. Bis dahin auf jeden Fall. Danke dir fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.